Du hast einen Notruf ausgelöst, eine Sprechverbindung mit deiner Service-Leitstelle wird hergestellt. Stella hat einen Brand detektiert. Raumüberwachung wird in Kürze scharf geschaltet. Ich begrüße Sie Frau Huber, Stella Service spricht. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Sehr schöne Medikamente haben Sie auch schon eingenommen. Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiederhören.